Wir haben in Nordspanien ein paar wirklich coole Geheimtipps gefunden. Von kleinen schnuckeligen Dörfern bis hin zu wirklich atemberaubenden Landschaften. Und das sind unsere Top 5. Top 5. Faro de Vestera. Hier liegt das Ende der Welt. Das galt als Tatsache, solange Widerkunden in Amerika noch unbekannt war. Das Cabo Vestera ist Endpunkt der Verlängerung des klassischen Jakobswegs von Santiago de Compostela. Der Leuchtturm Faro de Vestera wurde im Jahre 1868 errichtet und ist einer der wichtigsten, weil an deren Klippen unzählige Schiffe und vor allem bei den heftigen Winterstürme zerschellten. Eine Wanderung zum Leuchtturm und entlang der Küste war für uns ein hart und beraubender Moment. Auf Platz 4 ist Lecateo. Die kleine Stadt liegt im Westen der Provinz Biscaya an einer Bucht der baskischen Küste. Der schöne Hafen wird geschützt von einer kleinen Insel, auf der früher ein Kloster lag. Die wichtigste Sehenswürdigkeit ist die spätgotische Basilica de la Asunción di Nuestra Senora, deren Baubeginn in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts liegt. Baerbe führt ein Fußweg hinüber zu einer kleinen Insel der Isla de San Nicolás. Eine schöne Wanderung kann man direkt am Fluss Rio Lea genießen. Für uns ist es ein ganz besonderer Ort, weil das kleine Dorf mit dem schönen Strand und der kleinen Insel vorgelagert ein wirklich beruhigendes, schönes Urlaubsflair ausstrahlt. Top 3 San Juan de Castellugace. Das Wahrzeichen der baskischen Küste. Die Insel ist etwa 270 Meter lang und maximal 80 Meter breit. Sie ist durch eine Steinbrücke mit dem rund 200 Meter entfernten Festland verbunden. Auf dem höchsten Punkt steht das ehemalige Kloster, das über 241 Treppenstufen erreichbar ist. Die Kirche wurde 1053 gestiftet. Seit dieser Ort für Game of Thrones ausgewählt wurde, ist die Zahl der Touristen, die sich der Insel nähern, beträchtlich gestiegen. Dieser Ort wurde nicht umsonst ausgewählt. Diese Wanderung zum Kloster ist ein wahres Abenteuer. Top 2 San Vicente de la Paquera ist ein altes Fischerdorf und zugleich mit seinen Stränden, seinem alten Kern und dem schneebedeckten Gebirge Picos de Europa, einer der schönsten Orte der kantabrischen Küste. Die Stadt hat viele Bars und Restaurants. Die Brücken sind ein Kennzeichen dieser Gemeinde. Etwa die Matzerbrücke mit ihren 28 Bögen, die im 16. Jahrhundert auf Befehl der katholischen Könige erbaut wurde. Besonders bemerkenswert ist die zwischen dem 13 und 16. Jahrhundert in gotischem Stil erbaute dreischiffige Hallenkirche Santa Maria de Los Angeles. Die Burg Castillo del Rey und die Reste der Stadtmauer stammen wahrscheinlich aus derselben Zeit. Der lange Strand von San Vicente ist ein wahres Paradies für Surfer, Natur und Strandliebhaber. Unsere absolute Nummer 1 ist Cudillero. Einer Legende zufolge wurde die Stadt von den Wikingern gegründet. Der kleine Fischerort zählt nicht umsonst zu den schönsten Küstenorten der spanischen Nordküste. Bunte Häuser klettern den grünen Hügel hinauf und unten schaukeln die Fischerbote im kristallklaren Meer. Beim Spaziergang zum Zentrum des Ortes gelangt man zur Plaza de la Marina, die sich zum Meer hin zum alten Fischereihafen öffnet. Dort finden sich viele kleine Cafés und Restaurants, die nur so einladen, um dort zu verweilen und die Menschen und die Mut, das Meer zu beobachten. Zum Abschluss müssen wir euch noch von einer der schönsten Wanderungen in der Gegend erzählen. Sumayaco Flischa. Das Dorf Sumaya befindet sich im UNESCO Geopark. Eine atemberaubende Landschaft mit spektakulären Felsformationen genannt Flisch. Hier verläuft auch der Camino del Norte, die Nordroute des Jakobsweges nach Santiago de Compostela. Vor allem im Sommer sieht man daher viele Pilger aus aller Welt. Weltweit bekannt ist dieser Strand mittlerweile auch, weil hier Szenen aus Game of Thrones gedehnt wurden. Wir haben hier meinen Geburtstag gefeiert und diese Wanderung ist wirklich eine der tollsten Erinnerungen und demnach definitiv empfehlenswert. Wir haben uns gefragt, was ihr lieber sehen wollt. Wollt ihr lieber Reisevideos sehen oder dann doch eher so Ausbauvideos? Lasst uns das gerne irgendwie wissen und schreibt es unten in die Kommentare. Also schreibt es unten in die Kommentare, das hilft uns weiter, wie wir die Videos machen sollen. Und wir verlassen jetzt auch unter den Kommentaren diese zwei Sachen. Das ist von Quincel, das ist so ein Ultracharger und drei USB-C-Kabeln und die werden wir dann Mitte Mai, also am 15. Mai nachher verlassen unter die Kommentare. Also vielen Dank im Vorhinein. Nächste Woche nehmen wir euch mit auf eine mega geile Tour, nämlich drei Wochen mit unserem halb ausgebauten Van quer durch Norwegen. Mega geile Zeit, mega geiles Land. Schaltet einfach ein. Ja, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Das hilft uns bei unserem Projekt, damit wir weitere Videos schneiden und produzieren. Und wenn sie auf die Glocke drückt, dann versorgen wir keine weiteren Folgen. Das Ganze ist natürlich kostenlos und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann! Tschau, danke! Musik 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 Musik